Was ist das, dass wir selber aktiv werden, dass wir selbstbestimmter werden und nicht aus der Passivität heraus unser Glück suchen oder dass andere uns dieses Glück bringen müssen, sondern dass wir eigentlich verantwortlich sind für unser Glück. Das ist ein Prozess, weil das gilt es eigentlich erstmal wieder zu vermitteln. Das ist ein Prozess.